Hallo, mein Name ist Aaron Keller und ich bin 16 Jahre alt. Ich bin am 15.05.2004 geboren und bin halb Schweizer und halb Brasilianer. Mein Lieblingsfußballverein ist Flamengo, also die aus meiner Heimatstadt in Brasilien kommen. Ich bin im Jahr 2016 ans DFI gezogen, wo ich in der U13 hier gestartet habe. Ich habe dann ein Jahr die U14 gespielt, wo wir mit der U15 auch teilweise den Aufstieg in die Regionalliga gespielt haben und weiterhin die U15-Saison in der Regionalliga gespielt haben. Nach dem Jahr bin ich zur Spielvereinigung Unterachring gewechselt, wo ich in der U16 gespielt habe in der Landesliga und jetzt die U17-Saison auf mich zukommt, wo ich in der U17-Bundesliga spielen werde. Für diese Saison habe ich mir Ziele gesetzt und zwar einmal, dass ich Stammspieler, also wichtiger Stammspieler und Führungsspieler der Mannschaft werde und einmal, dass ich einer der Top-Torschützen der Liga werde und Top-Torschütze der Mannschaft und dass ich mich fußballerisch weiterentwickele, dass ich am Ende des Jahres Profiluft möglicherweise schnuppern könnte.